Endlich! Der Auserwählte des Schlüsselschwerts. Zu wem sagst du das? Zu mir oder Sora? Zu Soras Hälfte natürlich. Du lebst in der Dunkelheit. Ich benötige jemanden, der im Reich des Lichts wandeln und die Organisation 13 vernichten kann. Warum? Wer bist du? Ich bin ein Diener der Welt. Und wenn ich ein Diener bin, dann kannst du dich bestenfalls als Werkzeug betrachten. War das... war das etwa witzig gemeint? Denn ich muss nicht lachen! Tut mir leid, das ist nur eine auf Daten basierende Projektion meiner selbst. Wie ist das? Das war's für heute. Ich liebe dich so sehr. Gib einen Teil dieses Hasses an Sora weiter. Er ist viel zu nett, das bekommt ihm nicht. Nein! Mein Herz gehört mir! Sora. Ich beneide dich. Meine Sommerferien sind wohl... ...vorbei. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, mit einem kräftigen Smilen aufs Gesicht haben wir unsere olle Wuschelbörne wieder Die Kleidung ist ganz schön kurz Ähm, ja, ja, bla, 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 äh Aber ich suche jetzt erstmal einen Speicherpunkt, lass mich speichern Ähm, denn ich werde an dieser Stelle mit die Aufnahme beenden Wo ist das zu erledigen? Oh, ein Mitrispele zu da, einfach mal gucken, was ist so gut Ich will eigentlich speichern, weil das gehört nämlich nicht mehr dazu, zu diesem Part, fuck that Egal Wir gucken jetzt erstmal irgendwo Ob ich einen Punkt finde zum Speichern Auf alle Fälle haben wir unsere gute alte Wuschelbörne Sora wieder zurück Wisst ihr, ich glaube ich war schon mal In dieser Stadt Und wer heißt sie? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet Ayo Was wollt ihr denn? Äh, nichts Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist Jetzt wisst ihr es Das ist unser Treffpunkt Ähm Was? Wir treffen uns zum ersten Mal, oder? Ich bin Pence Heiner, echt nett Euch kennenzulernen Aber ich hab noch was zu erledigen Ich heiße Olette Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Thema ist echt schlimm, was? Aufsatz Und wie heißt ihr drei? Oh, Entschuldigung Entschuldigung Wo habt ihr ihn gesehen? Am Bahnhof Am Bahnhof Am Bahnhof, danke Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern Also dann Oh, Juna Prima Tratune Sucht uns Ja Auf zum Bahnhof Vorher werde ich jetzt aber speichern Und das nächste Das werdet ihr dann alles demnächst sehen Denke ich So, aber ich lass das mit dem Dings stehen Mit Roxas Weil der Fight mit Dings war einfach viel zu episch Mit Axel Das muss man sich hin und wieder mal angucken So Auf alle Fälle sind wir zurück Mit Sora Und das sehen wir dann auch beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Kingdom Hearts Jetzt kommt auch richtig wieder das Feeling auf Macht's gut Bis zum nächsten Mal